Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Eigentlich ein recht trauriger Tag, meine Oculus Rift, meine VR-Brille hat sich verabschiedet, ist kaputt, liegt auf dem Müll, 500 Euro, einfach mal so weggeschmissen. Wir haben trotzdem Top-Themen für euch hier rausgesucht, deswegen würde ich sagen, wir halten es kurz. Los geht's! Dementsprechend beginnt es mit der Baureihe 481. Train-Team Berlin hat das Adon die Baureihe 481 angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug der S-Bahn Berlin, welches in der Realität bei der S-Bahn Berlin auf allen drei Teilnetzen, Stadtbahn, Nord-Südbahn und Ring zum Einsatz kommt. Die Fahrzeuge wurden zwischen 96 und 2004 von AEG, Atrans und Bombardier in Henningsdorf bei Berlin gebaut. Insgesamt entstanden so insgesamt 500 Viertelzüge, zwei Wagen, die als Halbzug vier Wagen, dreiviertel Zug, sechs Wagen und Vollzug, acht Wagen verkehren können. Mit diesem Fahrzeug kann nun also bald jeder im Trainzimmerunterfahren und so die Hauptstadt unsicher machen. Das Fahrzeug der Berliner S-Bahn wird mehrere Lackierungen und Futures beinhalten. Dies sind unter anderem sechs Lackierungen, darunter vier Werbeversionen, Führerstand mit 360 Grad, Rundumsicht sowie Passagieransicht, Originalsound, IBIS inklusive freie Zieleingabe und Möglichkeit, eigene Umlauflisten zu ergänzen, Skriptfunktion für Aufrüstvorgang, Geschwindigkeitsvorwahl, Tempomatfunktion, Gleit- und Schleuderschutzsystem, defekte Antriebe, Funkabfertigung, Bahnsteigeansagen, Selbstabfertigung durch den Triebfahrzeugführer, Türsteuerung, Stromschienenlücken und noch vieles mehr. Als weiteres Future wird der Südast der S-Bahn Strecke S25 mitgeliefert. Hierbei handelt es sich um eine Auskopplung aus dem Add-on Berlin-Leipzig. Streckenabschnitt Berlin-Potsdamer Platz, Teltow-Stadt wurde aber speziell auf dieses Add-on angepasst. Optisch sowie funktional zur Auslösung diverser Funktionen in der BR481. Bereits verbaut wurden Trigger für FIS-Nissstationen, Fahrgastraumbeleuchtung, Tunneleinfahrt, Abfertigung und Stromschienenlücken. Zum Spielen sind ferner folgende Szenarien und KI-Fahrzeuge enthalten. Zwei Quick Drive mit KI-Verkehr, acht Standard-Szenarien mit KI-Verkehr, die BR475 Stadtbahne, die BR480 der Toaster. Diese sind dann als KI-Fahrzeuge unterwegs. Man benötigt dafür noch die TTB-Szenario-Pack Volume 1 oder Volume 3. Der voraussichtliche Preis liegt hier bei 29,95 Euro und es soll voraussichtlich erscheinen am 30. Juni 2020. Transimworld 2 hat neue Bilder gepostet bei sich auf der Website. In den 20er Jahren gebaut ist die Dreigotbrücke bei Düren einer der bekanntesten Infrastrukturobjekte entlang der Köln-Aachen-Hochgeschwindigkeitsstrecke und ist die erste von ihrer Art auf der Welt. Mit Transimworld 2 wird es euch möglich sein, den wichtigen Intercity-Express- und Regionalexpress-Teilstück der Verbindung Köln-Paris zwischen Köln und Aachen zu erleben. Entdecken Sie die ganze Bakerloo-Line mit den klassischen 1972 Mark II-Stork in Transimworld. Die unterirdischen Stationen der Bakerloo-Line haben jeweils eigene Charakteristiken und spezielle Designs, aber nichts ist vergleichbar mit der Baker Street, welche Fliesenmuster von Sherlock Holmes abbildet. Von den weitestgehenden gestreuten Kammerlandjad und deren Einrichtung ist kein Ende von schweren Transporten auf der Sand Patchgrade, welche dich an Bord von CSX stärksten Kraftpaketen bringt. So heißt es aktuell mit weiteren Bildern. Link ist unten in der Videobeschreibung. Im Lotus sind neue Bilder aufgetaucht, unter anderem der Düvec Siemens NF6 Düsseldorf. Kurz ein paar Eckdaten zum Fahrzeug. In den Jahren 1996 bis 1999 erhielt die Rheinbahn Düsseldorf insgesamt 48 Fahrzeuge des Typs NF6. Hier schreibt Philipp, soweit ich das lesen kann, gebaut wurden die 28 Meter langen Fahrzeuge bei der Düvec auf der Königsberger Straße in Düsseldorf. Die elektrischen Komponente stammen von den Firmen Siemens und Kiepe. Es handelt sich bei dieser Fahrzeuggeneration um Einrichtungsfahrzeuge, Einrichtungsfahrzeuge, welche auch für den Betrieb als Doppeltraktion ausgelegt wurden. Mit dieser Generation wurden in Düsseldorf das Niederflurzeitalter serienmäßig eingeläutet und die Fahrzeuge stehen bis heute im Betrieb. Während der Einsatzzeit erhielten die Fahrzeuge einige Veränderungen im Fahrgastinnenraum, wechselnde Sitzpolster, andere Fahrkarten, Automaten und so weiter. Zur Zeit durchlaufen alle noch vorhandenen Fahrzeuge eine Modernisierung auf, welche ich zu einem späteren Zeitpunkt auch mit dem Modell für Lotus eingeben möchte. So schreibt er hier, ich widme mich diesem Projekt rein in meiner Freizeit und erachte es als Nebenprojekt, daher wird es auch nur in unregelmäßigen Abständen Bilder zu sehen geben. Und noch ferner, ursprünglich begonnen habe ich mit dem 3D-Modell bereits zu Omsi-Zeiten. Wer sich gerne Bilder aus dieser Zeit ansehen will, findet sie im Nachfolgenden. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Ganze dementsprechend mal angucken. Und von daher freuen wir uns schon sehr auf das neue Projekt, wenn es irgendwann mal fertig ist. Projekt Gladbeck hat natürlich auch wieder ein bisschen was gepostet, unter anderem haben wir hier das Düsseldorf-Update in der Version 1.3. Neue Textur und Leitplanke mit modernem Design. Neue Leitplanke gesetzt an Autostraßen kurz vor Uni. KI-Flugzeuge fliegen nun über Düsseldorf-Messegelände. Die Fußgängerbrücke an A46 wurde jetzt hinzugefügt. Grüne S-Bahnen der VRR fahren auf den S-Bahn-Linien. Die Buslinien 731, 735, 722, 729, 721, 732 und die SB85 sind jetzt als KI hinzugefügt worden. Ausbau der Karte um 6 Kilometer zur Messe Düsseldorf. Weitere Chrono-Events gibt es jeden Freitag im Juli, gibt es Demonstrationen. Baustelle A46 verlängert bis November. Die Sperrung Münchner Straße, Teilsperrung, Kniebrücke und weitere diverse kleine Chrono-Events. Austausch einiger Texturen von Gebäuden durch schärfere Texturen und diverse Korrekturen bei Gebäuden und Straßen. Das Ganze findet ihr unten auf Facebook, der Link ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Wir bleiben mal direkt bei Projekt Gladbeck, denn hier gab es natürlich auch noch eine weitere Ankündigung. Die Linie 890. In den nächsten Wochen ist die Buslinie 890 für alle, inklusive des Chrono-Events der Rheinkürmes, fahrbar. Leider findet dieses Jahr die Rheinkürmes aufgrund des Virus Covid-19 nicht wie geplant vom 17.07. bis 26.07.2020 statt. Doch in unserem DEC wird die Rheinkürmes ganz regulär stattfinden. Schon jetzt könnt ihr ohne Fahrplan euch die neue Strecke anschauen, jedoch ohne regulären Fahrplan. Die Linie 890 führt über die neuen 6 Kilometer neu gebaute Karten-Erweiterung zur Düsseldorfer Messe und zur Rheinkürmes. Und die Linie verkehrt im 5-10-Minuten-Takt, je nach Tageszeit. Updates werden natürlich komplett kostenlos runtergeladen. Da habt ihr keine extra Gebühren. StudioPolygon hat auf seiner Website erste Bilder und Entwicklung ihres neuen Busses gepostet, den Renault. Wird ja jetzt noch einen Feindschiff bekommen und bald ins Spiel gelangt. Erste Bilder aus dem Entwicklerstream seht ihr hier. Ich packe euch den Link von Twitch hier unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr euch den graben Plätten-Stream mal angucken. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie Fahrzeuge gebaut werden. Da kann man Stunden zugucken. Bussimulator 18 hat ebenfalls ein neues Update bekommen. Und zwar sind wir jetzt im Update Nr. 14. Kleinere Korrekturen im DLC-Shop-System im Busshop. Eine von der Community bereitgestellte italienische Lokalisierung des Spiels wurde hinzugefügt. Diverse Optimierungen der Synchronisationsbandbreite im Mehrspielermodus. UI-Spiegel werden beim Öffnen des Pausenmenüs nicht mehr zufällig ausgeblendet. Anpassungen im Einstellungsmenü für die Steuerung des Spiels werden jetzt wieder dauerhaft gespeichert. Und eine Reihe kleinerer Fehlerbehebungen und Spieleverbesserungen. Das Ganze wird natürlich auf dem PC automatisch runtergeladen. Und zu guter Letzt haben wir noch was Neues. Und zwar Summer Sale. Leute, es kann wieder gespart werden. Der Steam Summer Sale ist gestartet vom 25.06.2020 bis zum 9.07.2020. Könnt ihr günstig im Steam Store einkaufen. Sollten euch Spiele oder DLCs fehlen, schaut am besten mal rein. Ein Video, welche DLCs und Simulatoren wir empfehlen, haben wir bereits auf dem Kanal. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Also ran ansparen und viel Spaß beim Shoppen. So sagen wir das. Dementsprechend sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ÖPNV-News hier angekommen. So ist es. Das war's. Und ich werde jetzt noch ein bisschen weiter traurig sein und hoffen, dass ich irgendwann mal wieder eine neue VR-Brille mir besorge. Ich verabschiede mich, bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020